Schön, dass du dabei bist, heute bei unserer Cocktailsoße, der Soßenklassiker aus den 60ern und 70ern. Wir starten mit Mayonnaise, Ketchup, dann Worcestersauce oder auch Worcestersauce, Zitrone, Sahne und Paprikapulver. Natürlich Salz und Pfeffer noch. Und den Schrimps, denn ich mache einen Schrimpscocktail. Als erstes werden wir die Mayonnaise mit dem Ketchup glatt rühren. Es folgt das Paprikapulver, gut mit einrühren, die Worcestersauce, die Sahne, gut glatt rühren und die Zitrone. Dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Mit Salz und Pfeffer schmecken wir das Ganze noch ein bisschen ab. Und ich gebe noch ein paar Dillspitzen mit dazu, denn es wird bei mir ein Schrimpscocktail. Wenn du keinen Dill magst, kannst du den gerne weglassen, denn die Cocktailsoße schmeckt auch wunderbar zu kalten Braten und viele mehr. Probier sie, du wirst sie nicht mehr missen wollen. Ja, die 60er, 70er waren schon nicht das Schlechteste. Viel Spaß. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Und falls du noch kein Abo hast, das gerne noch nachholst und die Glocke aktivierst, damit du keines meiner nächsten Videos verpasst. Auch wenn du die Videos weiter teilst, unterstützt du mich als YouTuber enorm und darüber freue ich mich sehr. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis bald. Deine Silke